Wie lange steht mir kostenlose Hebammenhilfe zu? Die ersten Lebenstage kommen wir eigentlich täglich zu Ihnen nach Hause und in den nächsten Wochen so oft Sie uns brauchen. Sie können uns auch während der gesamten Stillzeit gerne noch um Rat und Hilfe bitten und auch bei Ernährungsfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Natürlich ist die Hebammenhilfe in jedem Land anders geregelt. Bei Fragen nehmen Sie einfach Kontakt zu Ihrer Hebamme auf und klären Sie, wie das bei Ihnen abgerechnet wird.